So, hi miteinander, heute schauen wir uns mal an, wie wir Heizungsthermostare richtig smart machen und da sehen wir uns gleich nach dem Intro. Jetzt sieht mein Home Assistant auf einmal ganz, ganz anders aus. Ist nicht meins, und zwar haben wir ja auch einen Dombie mit hier. Das ist ein Dombie, sei Home Assistant, er stellt uns heute mal freundlicherweise seine noch unkonfigurierte Heizungssteuerung zur Verfügung, die wir jetzt mit ihm gemeinsam mal anfangen zu konfigurieren. Was brauchen wir alles dafür? Und zwar geben wir einen Hacks, gehen in Integrationen und suchen uns Beta Thermostat. Beta, findet ihr nichts? Ja klar, weil es schon installiert ist. Beta Thermostat, ihr findet das aber alles auf dem Gitbook, was ihr braucht. Ihr braucht im Endeffekt einmal Beta Thermostat und einmal die Scheduler Komponent. Scheduler Komponent gehe ich dann gleich mit euch nochmal ein. Und beim Frontend sucht ihr euch bitte die Scheduler Card und einmal die Beta Thermostat UI. Wir haben das jetzt schon mal im Voraus installiert. Und die Liste, was ihr braucht, wie gesagt, im Book. Genau, was können wir jetzt mit Beta Thermostat machen? Beta Thermostat, das zeige ich euch jetzt kurz bei mir. Sieht im Endeffekt so aus. Hat relativ viele Infos auf einer Stelle. Ich sehe im Endeffekt meine eingestellte Heiztemperatur. Das ist die obere jetzt. Die hat sich jetzt bei mir schon auf 19 Grad abgesenkt. Wie das funktioniert, das zeige ich euch dann gleich. Aktuell habe ich im Raum noch 21,2 Grad mit 47,8 Prozent Luftfeuchtigkeit. Fenster ist gerade zu, weil sonst würde sich das hier blau färben und der Ring würde sich auch blau färben. Das können wir aber bestimmt beim Domi gleich mal testen. So, wie fangen wir an? Also, Grundvoraussetzung ist, solltet ihr mehrere Fenster in einem Raum haben, dann müsst ihr hier Gruppen erstellen. Das macht ihr einfach unter Einstellungen, Geräte, Dienste, Helfer, sagt Helfer hinzufügen, Gruppen, dann auf Binärsensor und nennt es jetzt zum Beispiel Fenster Wohnzimmer. Ich mache das jetzt bloß mal, damit ihr es seht und jetzt könnt ihr hier jetzt sagen, Fenster und dann wählt er einen Kontakt aus, Fenster und wählt den zweiten Kontakt aus. Und dann könnt ihr einfach auf Absenden drücken und dann habt ihr euch eine Gruppe erstellt. Was brauchen wir noch? Wir müssen auch noch mal kurz in Studio Code Server rein. Und zwar müssen wir uns eine Groups YAML erstellen für unsere Personen, auf welcher Basis wir später die Anwesenheit und Abwesenheit erstellen. Ich habe das jetzt hier mal in einer Groups YAML ausgegliedert. Das könnt ihr natürlich ganz einfach hier Groups YAML, könnt ihr Gruppen erstellen. Ich schreibe hier im Book auch noch kurz mit rein, wie man das inkludiert und so. Das wisst ihr ja schon. Ich hoffe, ihr habt euch die Basics-Videos und die fortgeschrittenen Videos angeschaut. Ansonsten holt es einfach noch kurz nach. Genau. Ja, wie fangen wir jetzt an? Wir gehen jetzt auf Einstellungen, Geräte, Dienste und fügen hier ein Beta-Thermostat hinzu. Wir haben hier schon mal eins gemacht. Wir nehmen jetzt mal Beta-Thermostat und dann nehmen wir Beta als Name. Welches können wir noch? Hast du vielleicht noch eure 2-2-Heizkörbe? Schlafzimmer. Schlafzimmer? 2-Heizkörbe habe ich leider nirgends. Hast nirgends. Okay. Hier nehmen wir uns jetzt den Heizungsregler. Schlafzimmer. Ach, da habe ich keinen im Schlafzimmer. Und das Kinderzimmer. Gut, dann nehmen wir das Kinderzimmer. Im Schlafzimmer ist beim Domi nämlich immer kalt. Ja, da ist richtig kalt. So, dann nehmen wir das Kinderzimmer. So, im Kinderzimmer hast du auch einen externen Sensor, also zum Beispiel einen Temperatursensor von Acara zum Beispiel. Der ist dann bei dir unter Raum, Klima, Kind, Temperature. Den Luftfeuchtigkeit, der ist dann unter Raum, Klima, Kind, Humidity. Außensensor, haben wir den Außenfühler. Und zwar, wo ist er denn, der Außenfühler? Der Außenfühler Temperature. Fenstersensoren haben wir jetzt. Fenster. Kinderzimmer. Genau, das ist eine Gruppe, das sehen wir hier vorne an dem Kreis. Ansonsten würde hier so ein kleines Fensterkontakt sein. So, und dann wollen wir noch eine Wetterentity. Dann nehmen wir Forecast Home. Das ist einfach die Vorschau, dass das Heizungsdarmus dort schon ein bisschen einstellen kann, wie sich denn die Temperatur verändert. So, dann drücken wir hier nur noch auf Weiter. Hier würde ich alles so lassen, wie es ist, wenn ihr die Acara Thermostate nehmt, die ich euch im Book mit verlinkt habe. Wie gesagt, ich verlinke euch da halt die komplette Hardware, die ich nutze, die der Domi nutzt. Im Endeffekt jeder, der das hier bei uns gemacht hat, nutzt, weil es einfach sich bewährt hat und auch gut funktioniert. So, dann haben wir jetzt hier ein Thermostat angelegt. Wie kriegen wir das jetzt hier hin? Das können wir ganz einfach machen. Benutzeroberfläche bearbeiten. Jetzt haben wir hier einmal das Beta Thermostat, dass wir auch alle Funktionen haben. Ich nehme jetzt hier, ich nehme mal das Wohnzimmer, ist ja wurscht. Wohnzimmer. Das Beta habe ich da vorgeschrieben, weil man könnte jetzt hier auch andere auswählen, aber da habt ihr dann nicht so viele Funktionen. Eco-Temperatur nutze ich selber überhaupt nicht. Da könnte man mit einem Klick dann die Temperatur runterfahren. Domi, du kannst das dann gerne einstellen, wenn du das möchtest. Ich lasse es jetzt hier mal weg, weil ich finde es eigentlich auch Quatsch. Wir wollen ja smart sein und nicht immer hin und her schalten. Genau, man kann jetzt hier unten noch verschiedenste Sachen an- und ausschalten, beziehungsweise die Fensteraufwandzeige. Ich lasse das jetzt alles mal so, wie es ist, damit ihr das auch mal genau seht und ich das euch kurz erklären kann. Also, Name ist klar. Rot bedeutet, er ist gerade im Heizmodus. Der graue Punkt ist im Endeffekt die aktuelle Temperatur. Die Zieltemperatur ist der rote Punkt. Das bei ihm ist gerade ziemlich warm. Diese Werte hier kriegen wir vom externen Sensor. Das ist uns sehr wichtig. Hier könnten wir jetzt die Eco-Temperatur einstellen, wenn wir eine vergeben hätten. Haben wir jetzt aber nicht. Der Domi ist jetzt bestimmt auch mal so nett und öffnet uns mal kurz ein Fenster. Dann werden wir auch gleich hier sehen, wie sich das dementsprechend anpasst. So, das ist jetzt mal ein Live-Test. Fenster ist geöffnet. Fenster ist geöffnet. Dauert eine kleine Sekunde. Dann wird es hier blau. Sein Thermostat dreht sich jetzt zu. Wenn er das Fenster jetzt wieder schließt, dann wird es wieder auf rot. Und wir sehen, er ist wieder im Heizmodus. Genau. So, jetzt können wir schon mal die Heizung basierend auf dem Fensterstatus an- und ausschalten. Wir wollen jetzt aber natürlich auch noch smart schauen, wie wir die Zeitplanung machen. Dafür nehmt ihr einfach die Scheduler-Komponent. Da müsst ihr dann nochmal auf Einstellungen, Geräte, Dienste hinzufügen. Dann nehmt ihr Scheduler. Einmal hinzufügen. Wir haben die schon installiert. Ihr würdet auch, wenn ihr jetzt hier eine Scheduler-Card hinzufügt. Das ist auch relativ einfach. Hier löschst du nochmal raus. Die Scheduler-Card hinzufügt. Hier brauchen wir jetzt im Endeffekt einmal alle Climates. Und Persons nehmen wir noch mit rein. Und Group nehmen wir noch mit rein. Ich habe jetzt den Hintergrund. Wir werden auf Basis von einzelnen Personen, beziehungsweise auf Basis von der ganzen Family, diverse Heizszenarien steuern können. So, dafür gehen wir jetzt einfach hier. Fertig drücken. Hinzufügen. So, wir wollen jetzt eine Heizung steuern. Und zwar nehmen wir jetzt mal das Wohnzimmer. Beim Wohnzimmer wollen wir einen Zeitplan erstellen. Das haben wir vorhin schon mal besprochen. Das Wohnzimmer soll ab 7 Uhr warm sein. Genau. Das heißt, wir fangen ein bisschen eher an. Das braucht ja immer ein bisschen. Wir gehen mal ab 6. Und ab wann soll das Wohnzimmer anfangen, kälter zu werden? 22 Uhr. Ab 22 Uhr. So. Dann deine Wunschtemperatur wäre? 21 Grad. Dann klicken wir den Bereich hier an. Drücken auf Heizen. Und sagen 21 Grad. Und wir sinken um, ich schätze mal, um 2 Grad ab, ne? Genau. Also ihr solltet jetzt die Heizung auch nicht komplett ausschalten, weil dann braucht ihr extrem viel und spart euch nicht wirklich viel. 2 Grad, 3 Grad maximal. Das kann man einfach mal gucken. Und dann stellen wir hier auf 19 Grad. Jetzt würde ein starrer Zyklus ablaufen. Jeden Tag. So. Jetzt können wir noch unter Optionen sagen, jetzt passen wir auf. Wir wollen da noch eine Bedingung hinterlegen. Und zwar, wenn die Gruppe Familie ist zu Hause, nur dann schaltet er diesen Wert. Und zwar hier jetzt noch ganz wichtig, erneut prüfen, wenn sich Zustände ändern. Er hat jetzt den Hintergrund. Family at Home. Und dann sage ich. So. Jetzt wird Folgendes passieren. Es wird immer zugeprüft, ob sich irgendwas ändert. Na? Wenn sich die Family at Home ändert, dann ändert sich auch jedes Heizungsthermostat. Ja. Jetzt ist es aber schwierig, weil wir müssen jetzt eigentlich was ganz anderes machen. Das ist jetzt zwar vom rein logischen her vielleicht so sinnvoll, aber wir stellen jetzt ein, wenn die Family at Home ist und der Bereich ist zwischen 6 und 22 Uhr, dann heizt er auf. Wenn der Dommy jetzt im Urlaub ist, Dommy fährt jetzt am Wochenende zum Ski fahren, dann würde sich dieser Bereich nicht aufheizen, weil die Family nicht at Home ist. Wir müssen jetzt aber noch definieren, was passiert mit dem Wohnzimmer, wenn niemand at Home ist. So. Hier gehen wir noch im Wohnzimmer. Wenn wir die at Home speichern. Jetzt machen wir hier das Wohnzimmer. Zeitplan erstellen. Und zwar, wenn niemand zu Hause ist, dann darf es bei 19 bleiben. Da darf es bei 19 bleiben. Also stellen wir uns jetzt hier zwei Zonen ein und sagen, heizen auf 19. Und auch hier heizen auf 19. Und jetzt ist es ganz wichtig, jetzt müsst ihr natürlich noch sagen, als Option hinzufügen, Gruppe Family ist nicht zu Hause. Speichern. Dann haben wir jetzt beide Stadien abgedeckt. Einmal Family ist zu Hause, einmal Family ist nicht zu Hause. Jetzt steht hier ein komischer Name. Da könnt ihr einfach draufklicken, dann nochmal auf die Optionen gehen und hier einen Namen vergeben. Hier machen wir jetzt Wohnzimmer und sagen Family not at Home. So. Speichern. Gut. Wenn wir das jetzt auf einzelner Basis machen, ich mache das jetzt einfach mal testweise fürs Kinderzimmer. Ich stelle hier einen Zeitplan. Und zwar, wann geht es ins Bett, die Gläu? Ja, so klein ist sie nicht mehr. Auch 22. Okay, gut. Wann geht die Große ins Bett? Unterschiedlich, ne? Ja, macht 22. Schon okay. 22 Uhr. Und im Normalfall ist sie... Ja, kannst du auch bis sieben machen. Dann sage ich die gleiche Zeit. Okay, die gleiche Zeit. Dann machen wir hier Heizen. Bei ihr, sagen wir mal, 21,5, oder? Frauen friert sind wir ein wenig schneller. Ja, genau. So, dann kriegt sie es täglich ein bisschen wärmer. Und zwar wird hier auf Basis von Person, das ist die Alina, ne? Genau. Ist zu Hause. Speichern. Erneut prüfen, wenn sich das ändert. Das heißt, wenn die Alina Alina at home, dann würde sich das dementsprechend anpassen. So. Und wenn die Alina not at home ist, dann regeln wir, wenn die Alina bei ihrem Freund ist, dann wollen wir natürlich jetzt hier keine unnötigen Heizkostenverschwendung. und gehen wieder auf 19 Grad und sagen hier Optionen. Sonen, Alina ist nicht zu Hause. Dann sagen wir auf Speichern. Somit hätten wir jetzt das Wohnzimmer und das Kinderzimmer dementsprechend schon abgedeckt. Hier haben wir noch keinen Namen vergeben. Das können wir noch dann nachholen. Somit könnt ihr eure komplette Heizungssteuerung im Endeffekt einrichten. Wenn ihr dazu jetzt noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es das bitte gerne in die Kommentare. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn euch das weitergeholfen hat für eure Heizungssteuerung und natürlich auch gerne ein Abo, um einfach kein Video mehr zu verpassen, was hier auf dem Kanal erscheint. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.